konnichiwa meine freunde und herzlich willkommen heute hier mit king keff wir haben einen eine wunderschöne sache für euch denn ich war ja aus der frankfurter buchmesse und habe da eine surprise pack geholt und heute machen wir ein unboxing davon denn das war eine du dachst du jetzt was machen wir heute denn wir haben die final fantasy überraschungsbox die gibt es immer bei den messeständen zu kaufen kennt ihr vielleicht oder rasselt schon überraschungseil für erwachsene auch wenn jetzt erwachsen eigentlich auch überraschungseil mögen aber ja das ist auf jeden fall die box was steht da drauf von fukubukuro fukubukuro happy pack also dieser stand könnt da mal hin final fun der final fun würde ich sagen zehn euro habe ich dafür gezahlt der gag war es eine wert fürs video und du du machst auf guck aber nicht rein und gibt es dann raus die einzelnen sachen ok boah mit so viel liebe reißt das auf einfach okay ich bin gespannt was ist das hier wow echt jetzt ich komme mal machen auf ist da nichts drin oder so das ist nur papier man innen auch das hat sich schon mal gelohnt das sind zwei sogar beim anderen ein pin ein pin von scroll scroll ich zeig dir mal kurz rein die kamera aber richtig gemacht ja der ist echt nicht so gut ich weiß mal wenn das kommt wer hat scharf wer hat scharf okay ich müsste so mit leben doch okay ein pin ja nein ach komm aber sehr viel was ja ich mache so was niemals dran aber ok sefirot pin ist jetzt auch gerade gar nicht mal so bombe außer für die die pins wollen und noch ein nein und was ist es tiefer zeig mal die war die war die war die war noch eine sache bei zehn euro waren da zwei pins jetzt bei zehn euro waren sie ein bisschen was größeres ok bitte lass es irgendwas ok eine box eine box es ist ein anhänger ein anhänger keine ahnung wer das ist ich habe ich weiß es nicht aus welchen beiden fans sie da ist ohne witz das muss ich das zeige jetzt mal ganz nah an die kamera ran ich mal die kamera kennt hallo hallo so jetzt jetzt das ist es also das kenne ich nicht also wirklich also ich muss jetzt auch sagen das ist leer das ist leer ok also mir persönlich hat das jetzt überhaupt nicht so gesagt muss ich jetzt ganz ehrlich sagen ich habe für zehn euro ist das der letzte raus das hätte man vielleicht hier maximal vier euro ja oder fünf oder sowas ja das hat immer das schöne bei den überraschungsboxen das weiß ja nie was drin ist aber zehn euro wo beide sagen muss auf der messe sind die sind die pins nicht günstig eigentlich die kosten bestimmt wenn du die einzeln kaufst zwei euro aufwärts oder so ein pin dann noch so ein anhänger da bist du mal mit fünf bis zehner dabei also für messepreise ist es in ordnung ich kann damit überhaupt nichts anfangen und deswegen würde ich sagen ich verlose es schreibt unten drunter wenn ihr das haben wollt ja dann würde ich sagen das war's von den unboxing wenn ihr das gewinnen wollt hashtag feine fangen in die